Hallo zusammen und willkommen zurück in Odelshausen. Mein Name ist Thomas und wie versprochen möchte ich euch die ersten Features unserer Garant Gridline Serie vorstellen. Einfach systematisch gut und wir fangen direkt mit dem ersten Feature an von Garant Gridline. Das ist unsere Schublade. Ihr kennt es bestimmt. Ist bei mir daheim auch so. Ich habe meine Schublade super sortiert. Die ganzen Kleinteile sind super eingelagert, dass ich direkt alles sehe. Habe ich aber eine Schublade, die ich nur 90 Prozent ausziehen kann, fehlt mir der Blick in die letzte Ecke. Ihr sucht genau ein Teil und ihr wisst, es ist da. Nur ihr könnt es einfach direkt nicht sehen oder findet es nicht sofort. Deswegen haben wir bei Garant Gridline den Auszug erweitert auf über 100 Prozent. Das bedeutet, ich kann wirklich bis in die letzte Ecke alles sehen und finde mein einziges Teil, wo ich brauche, um hier weiter arbeiten zu können. Ich bin total happy, weil ich habe mein Handwerkerglück damit gefunden. Wie ihr seht, haben wir ganz tolles Einteilungsmaterial. Das möchte ich euch im nächsten Video vorstellen. Bis dahin.